So, jetzt kommt wieder mein Lieblingspielzeug aus der Küche, das ist die Tupperware Zwiebelschneider. So, da haben wir ein Reinchen gegeben, da geben wir ein Fett ein. So, da habe ich erstmal Öl, zum Öl gebe ich ein bisschen Müll dazu, dass es dicker wird. Dann gehen wir in Zwiebel rein. Hey, jetzt kann ich die Beine schon einschneiden. Na, was, okay, was, da ist ja Koks, bitte. Da habe ich ein Öl und ein Zwiebel rein. Und ein Müll. Ach so, ja. Ein Wörter sein, dass dicker wird. Ja. So. Vorwischer. Und wir jetzt weiter. So. 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 dann machen wir dann den Sauerrahm, da gehen wir auch am Müller zu. So. 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 und die Zwiebel und die Zwiebel einschalten. Wie kann ich das? Und jetzt? Nein, da ist auch kein Wasser rein, die Zwiebel einschalten Zwiebel einschalten, die Zwiebel einschalten Ja Da kommt den rein, auch noch, oder? Den hab ich da ab Nein Okay So, wie viel, reicht noch ein Glas? Wie viel Wasser? Nein, gerne, oder? Nein Kann ich das da jetzt rein? Nein, das ist los aufkochen Aber in Rahm kann ich In Rahm kann ich schon da rein, oder soll ich warten? In Rahm kann ich scheuen Warte In Rahm kann ich scheuen Nein Das muss ich schon aufkochen Kann ich die Bühne auch scheuen? Nein Kann ich die Bühne auch scheuen? Nein 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 Das müssen wir mit Wurzern ausschauen und lassen ein Nein 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 so, dann geben wir hier die Bühne die schneiden wir dann halt in so, das schneiden wir hier so alle eingebunden das lassen wir dann aufkochen